Hallihallo Löhle! Willkommen bei World of Warcraft und frohes Neues! Ist ja der erste Januar. Ich habe übrigens, ich war in der Stadt, Eisenschmiede, habe ein bisschen aufgeräumt. Es ist endlich mal ein bisschen leerer. Habe Ingenieurskunst höher gemacht auf 200 ist er jetzt. Bergbau auch. Jetzt brauche ich die Mithril. Und jetzt kann ich mir das abbauen. Das werden wir hier nicht finden, aber egal, wird dann noch ein bisschen dauern halt. Ach so, der schräge Vogel, genau. Wollen wir mal weitermachen. Für den schrägen Vogel die Quest habe ich auch zu Anfang, wo ich das erste Mal gemacht hatte, lange für gebraucht. Habe ich lange gesucht, bis er das gefunden hatte. Ist nicht so ganz einfach, wenn er es nicht weiß, ist man sich in Heißen am Suchen. Der Quiz gibt eben auch nicht wirklich viele Hinweise darauf. Und seid ihr gut reingerutscht? Ja, für mich gibt es ja noch Silvester. So, hier ist der Eingang. Ist ein ganzes Stück entfernt. Gucken, was er jetzt aktuell bringt. Wenn man das nicht weiß, da ist der Punkt und da ist der Höhleneingang. Ich habe erst mal da gesucht, muss der irgendwo doch da... Ne. Höhleneingang. Ach, Schnelleskunst. Oh. Zahnrad. Egal. Das ist zu weit entfernt. Naja, muss ich aber umdenken. So. Gebrochener Zahnradzahn. Gebrochener Zahnradzahn. Höh, egal. Können wir verkaufen. Äh, was möchte ich denn weg jetzt so ganz genau? Ich bin außer Reichweite. Gebrochener Zahnradzahn. Oh, Optimum. Optimus Prime. Habt ihr den neuen Star Wars Film gesehen? Episode 9. Ich finde ihn richtig geil. Die 3D-Effekte, ja, sind wir nicht so gut. Immer noch der Beste ist immer noch Avatar in Sachen 3D. Aber so vom Film her, von der Story her, finde ich ihn richtig geil. Von den letzten 3, 7, 8, 9 fand ich den den besten. Der hat wieder so ein bisschen das alte Star Wars Feeling aus den 70ern. Kommt er wieder hoch. Ich fand ihn richtig, richtig geil. Ihr könnt mir mal schreiben, wie ihr den Ding gefallen habt. Wie euch gefallen hat so. Deutsche Sprache, schwere Sprache, ich weiß. Und die wollen dann noch ne Trilogie drücken. Aber er wird noch ein paar Jahre dauern, bis sie kommt. Aber brauchen wir wirklich noch ne Trilogie? Naja, man könnte natürlich sowas unendlich weit fortsetzen. Aber irgendwann sollte auch Schluss sein. Finde ich. Das ist fertig. Lass mich. Ein kleines Dingster. Dingsster, ja, denn sie ist Ding, Dingsster, Dingsster, ja genau das. Dingsster. Das ist zu weit genug. Jetzt kommt Ende Januar, meine ich war das, neuer Star Trek Serie, glaube ich war das, mit dem Captain Jean-Luc Picard, Patrick Stewart, ist ja auch schon über 70, der gute Mann, aber er war eigentlich einfach der beste Star Trek Captain, neben William Shatner, war er der beste, richtig geil, er kommt eigentlich aus dem Theater mit je, hat alles möglich gespielt, Hamlet und was ich nicht nur alles, Äh, hm, da bin ich falsch, hier ist der falsches Ende, oder, geht's noch weiter, ach ja, hier geht's rum, hier geht's rum, Habt ihr euch für das neue Jahr, ein paar Vorsätze, zurechtgelegt, was ihr machen wollt, wie Rauchen aufhören zum Beispiel, machen ja viele, Oder Gewicht abnehmen, oder sowas, Ich hab da nix besonderes, hab ich noch nie gemacht, wirklich, Ich rauche aber auch nicht, trinke nicht, Okay, jetzt natürlich Silvester, oder Geburtstag, trinke ich mal ein bisschen was, Aber sonst, nö, trinke ich nichts, Nur Kaffee, oder Tee, Zurufe, oder Tee, oder Tee, oder Tee, Zurufe, oder Tee, Was ich ja wieder richtig geil fand, Und nur im Ersten. Die Zeit nur im Ersten. Jahresrückblick 2019. Der Mann ist einfach nur genial. Satiriker durch und durch. Richtig genial. Hat mir wieder sehr gut gefallen. Wie ich ihn jedes Jahr habe. Richtig guter Typ. So, da ist das Dingster. Der Himmelsstreuzer, genau. War das hier nicht auch noch? Oder was woanders? Hm, in meinem Gucken. Gehen wir auch hier lang. Ich bin mal gespannt, wie viel dieses Jahr geknallt wird. Was kann ich euch denn in der nächsten Folge sagen? Äh, ja nicht in der nächsten Folge. Ein paar Tage später. Ich nehme mal drei Folgen am Stück auf. Ne, hier ist nichts. Ne, ist woanders dann, was ich jetzt dachte. Dass es auch hier wäre. Es wird da scheinbar nicht mal so viel geknallt, wie früher. Da wurde wirklich sehr viel geknallt. Hab ich ja schon mal erzählt. Straßen waren voll mit Knallern. Man hat keine Straßen mehr gesehen. So, als wenn da Schnee liegen würde. Das war heftig. Auch schon sehr lange her. Sehr lange her. Da war ich noch ein paar Jahre jünger. Da ging ich, glaube ich, noch zur Schule. Ach, keine Ahnung. Schon so lange her. Also, ich glaube, wurde nie wieder geknallt. Man kann schon mal auf den Straßen so ein, zwei Batterien vor allem, kann man da sehen. Wo mehrere Leuchtkuhlen hochgeschossen werden oder sowas. Aber sonst so richtig knallen, so. Hm. Was mich ja gewundert hat, man kann Knaller schon sehr viel früher kaufen als früher. Weil früher wäre wirklich nur nach Weihnachten, die drei Tage da, durfte man offiziell Knaller kaufen. Sonst nicht. Äh, nicht sterben. Aber jetzt mittlerweile kann man einfach schon zwei, drei Wochen vorher Knaller kaufen. Hm, ein bisschen seltsam. Na ja. Sollen mich nicht weiter interessieren. Ich bin aus dem alten Haus. Ich muss nicht mehr knallen, wie sie in Bilden. Als Jugendlicher, als Kind. Ja, okay, klar. Gerne. Mal ein bisschen geknallter. Briefkästen reingeschmissen. Hausflur reingeschmissen. Auspuff reingeschmissen. Na, die dicken Knaller. China, Börladee und sowas. Ja, ja, lang, lang ist her. Das ist schon sehr lange her. Und einfach mal Balkon rüber geschmissen. Was man aber nicht machen sollte, man sollte damit keine Tiere erschrecken. Wie freilaufende Katzen oder Hunde oder sowas. Oder Vögel. Das sollte man natürlich nicht machen. Auf die Tiere ist das immens lauter als für uns Menschen. Und die haben meistens Angst vor den Knallern. Meistens. Es gibt auch Hunde, die apportieren dann die Knaller, wenn man sie weggeworfen hat. Wenn sie dann im Maul explodieren, ist das auch nicht schön. Nee, nee, nee. Knaller ist schon was gefährliches. Soll es mal vorsichtig mit sein. Gibt es ja bestimmt schon für Knaller eine App. Wo man dann die Grosche der Knaller hat, oder? Gibt es ja bestimmt auch schon. Würde mich nicht wundern. Heute wird ja alles digitalisiert. Für alles gibt es eine App. So, abgeben. Wieder eine Quest fertig. Weil man weiß, wo jeweils die Quests sind, natürlich gar kein Thema. Aber beim ersten Mal, da sucht man und sucht man und sucht man. Man sieht sich. Fall nicht runter. Weil ich einen Knaller habe. Bumm. Runter fallen. Oh, schade. Ja, Grüße. Tu mich auch. Ach, ist egal. Vergiss. Na. Muss ich doch hier. Ach, nee, war ja. Ach, nee, nee, nee. Ist schon gut. Jetzt habe ich mich vertan. Ach, ja. Das kommt auf einmal, wenn man zwei Schaas spielt. Kann man schon mal leicht durcheinander. Andere Berufe und so. So, was machen wir in der nächsten Folge? Ach, da oben. Ja. Gehen wir da hin. Ja. Okay, ich mache hier noch kurze Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge von World of Warcraft. Bis dahin. Schauen wir mal, normal, frohes Neues. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschöö.